Musik Hi ihr Lieben und ja Happy Halloween und ich habe einen Kameramann heute. Kannst du auch was sagen? Peace! Verstimm mich nicht hinter mir. Ja, ich habe ein Manga-Update. Was machst du da? Ähm ja, ich habe den dritten Bann bekommen. Endlich. Es fehlt mir aber nur noch der vorderen Bann. Und ja. Also ich hänge jetzt mit Togi. Dann habe ich mir die ersten drei Bände von MyMagicFly. Freilichs geholt. Im ersten Bann war ja auch die Schoko-Card mit drin. Kokostiere scheiß Kamera! Das war das erste Sitz, den du je gesagt hattest. In diesem Video. Äh ja, also der erste, der zweite und der dritte. Ich sehe nichts. Der dritte. Ich freue mich total den zu lesen. Viel Spaß dabei. Du darfst ihn auch mal lesen. Dann habe ich mir noch Martilos Mysterious Books geholt. Den einzelnen. Einzelmann. Quatscht nicht mit mir mit. Äh, die Farbseiten sind auch toll. Diese blaue Seite meine ich. Was? Diese blaue Seite meine ich. Bei was denn? Was ist das für eine blaue Seite? Egal, mach weiter. Keine Frage. Jetzt geht es weiter mit. Ähm ja, Eggmond Manga. Da habe ich mir Sankaria geholt. Band 1. Band 2. Band 3. Und Band 4. Den 5 und 6. Band, den habe ich mir vorbestellt. Was steht da auf dem Kopf? Was steht da auf dem Kopf? Eine Maske. Ja. Ja. Ich freue mich auch den total zu lesen. Ich habe die auch schon in den Anime gesehen. Das ist auch toll. Natürlich muss ich wieder die Seiten aufblättern, wo Parverse drin ist. Haha. Was ist das? Haha. Ja. Okay. Egal. Es war egal, wie diese Parverse Seiten aufblättern. Coca-Cola. Jetzt bist du nicht Coca-Cola. Da hinten? In meinem Kissen, ja. Ich meine eigentlich die Flasche. Ja. Und ich brauche mich total zu lesen, dann kommen wir erst mal an. Was ich so alles bekommen habe. Weil ich habe jetzt nicht bei... Das habe ich mit meiner Freundin getauscht. Bier. Ja. 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 Warte. Mach weiter. Was machst du denn? Lass das zeigen. Halt mal auf. Sieht aus wie so ein Mini-Poster. Ach. Ja, aber nicht rausreißen. Ja. Also das ist von Sword Art Online. Ein Quad war. Da kommen jetzt gleich drei Mangas raus. Und ja. Und eine Gratisleseprobe von meiner Tante. Ja. Dann habe ich noch Buttons bekommen. Dann... Also die waren da drinne. Wer ist das? Im Paket. Was? Was ist das? Mhm. Weiß ich nicht. Vielleicht können wir mal sagen, was das für ein Manga oder Anime sein könnte. Also das brauche ich nicht zu zeigen. Zeig mal. Fokussiere! Ach ja. Ja. Dann habe ich äh... Zu Marti das Mysterious Books gab es ja noch die Schoko-Card mit drinne. So können die Leute auch voll die Schoko-Card angucken. Und du so machst. Ja. So. Das Mädchen ist da drauf. Okay. Und hier nochmal. Ich glaube ich habe ich auch gerade gezeigt. Ich sehe nur dunkles. Doch. Nee. Du hältst die mal so, dass man nichts sieht. Du musst die so halt ins Licht. Besser? Jetzt wird es geblendet. Okay. Egal. Machen wir weiter. Ähm. Das gibt es auch noch mit beim Tokio Pop. Postkarten. Ähm. Tolle. Drei tolle Postkarten. Einmal von Schoko-Soldier. Die mir am weichsten gefällt. Mir gefällt die da. Und ähm. Ja. Davon hast du eine Schoko-Card. Ich habe dieselbe davon. Mini-Groß. Manga. Ja. Fand ich toll, dass die mir sowas reingetan haben. Und dann habe ich mir noch. Ein Poster. Nein. Das ist die Zeit von Tokio Pop. Und es ist ein Poster. Ja. Ich fand es cool, dass die so ihn da reingetan haben. Ähm. Ja. Ich fand es cool, dass die so ihn da reingetan haben. Weil. Ja. Es gibt ja keine Manga-Läden wirklich hier. Und. Ja. Zeig das Poster. Ja. Ich glaube das sieht so aus. Mhm. Also ähm. Von dem Typen da gibt es ein Poster. Zeig es. Nein. 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 Aber zeig es doch. Wie läuft es? Hahaha. So ein Puzzle hier. Ähm. Geiles Poster. Ja. Ja. Und hier oben saß sieht man auch nochmal an. Ist das jetzt. Ja. Drei Bänden abgeschlossen. Was? Das auch? Keine Ahnung. Das da. Das war ein Art und. Sorry dance. Wo ist das Poster? Ach so. Das ist eine XXL Scheiße. Da. Eigentlich muss es so rum sein. Äh. Was sieht jetzt kaum. Äh. Warte. So. Also es liegt gerade also. Von daher könnte ich sie erkennen. Ja. Hier ist auch noch so. Sie hat auch mehr. Ein wirklich schlimmer Sommer. Scheiß Kamera wenn ich fokussieren. Mach weiter. Was? Ach so. Das finde ich dir zum Geburtstag. Was? Die ersten zwei Wände. Dann kommen wir zum Staub. Echt? Ja. Danke. Wo kommen die denn noch drauf? Besprechen wir später. Guck mal eine Schleife. Oh yeah. Oh ja. Meine kleine süße Fledermaus. Ja. Sie leuchtet. Die leuchtet nicht. Die Augen leuchten. Im Licht. Und die ist fett. Da. Wie viele Minuten. Sieben Minuten. Sieben Minuten. Achso. Und. Ja. Sieben Minuten. Ja. 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 Ich mach gleich nochmal ein Video von meiner Freundin. Nein. Sie zeigt jetzt mal ihre Mangas. Und. Und. Das wollte ich mal auf meinen Kanal hochladen. Mal mit. Sie macht. Sie wird es dann irgendwann später. Und. Wart man mal so mit dir an. Ja. Mal selber eins hochladen. wenn sie mehr Mangas hat. Und. Tja. Bis dann. Bye.